Was ist heute? Heute ist Tutorial Dienstag. Let's go! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder euer Eike mit einem kleinen Tutorial, diesmal zu Luciano Hertz Sierra Wonderful Life. Kannte ich auch nicht, habe ich mir angehört. Ist nicht so schwierig. Wer es auf der Gitarre mitspielen will, kann das mit einfachen Akkorden tun. Es sind genau vier Stück. Die gehen wir jetzt mal durch. A-Moll, F-Dur, D5, E-Moll, A-Moll, F-Dur, D5, E-Moll. Und dann gibt es noch einen anderen Teil. A-Moll. Rhythmisch am besten Triolen zählen. 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1, 2, 3, 4, 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1. Okay, damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es geholfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!